Herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play von Rising World. Diesmal haben wir den Anfang drin gelassen, weil das Foto, was wir gemacht haben, eigentlich ganz lustig war. Deswegen habe ich es mal im Video gelassen. Schaut bei den Kanälen von EMB, LP und SPZ-LP auf jeden Fall mal vorbei. In diesem Video seht ihr unter anderem, wie man ein kleines Fachwerkhaus baut. Wir freuen uns über jeden Like, über jeden Kommentar, da unten in den Kommentaren. Und wir freuen uns natürlich auch über jedes Abo. Jetzt viel Spaß mit den Bautipps zu Rising World. So ein bisschen, ja danke. Super, und Erik noch ein bisschen rüber. Wohin denn? Von dir ausgesehen, ja genau, so stopp, super. Und jetzt alle schön lächeln. Cheese, Cheesecake. Okay, super, danke. Wo ist dein Heater eigentlich? Machst du, gehst du auch nochmal da rüber, dann mache ich auch noch eins. Oh, Hidan, du siehst so schön aus, wenn sie alle schon hier stehen. War der Einzige, der nicht in die Kamera geguckt hat, weil ich mit Messer hinter der Stand. Hidan, du musst dich auch nochmal hinstellen, bitte. Ich stand doch eben bei dir. Nee, aber Erik möchte auch noch ein Foto machen. So, warte. Ich habe eine Tomate in der Hand. Dreh dich ruhig um, Hidan. Nein, nein, ich habe Mordlust und Gedanken, ich muss hier stehen bleiben. Dann machen wir das mit dem Hammer hier. So, perfekt. Warte, so besser. Ah, ja, ja, ja. Ah, nein. Oh. Okay, würde ich sagen, fang mal an. Ja. Au. Ähm, bei drei? Ja. Äh, drei? Herkommen, Freunde, bei Let's Multiplay. Nein. Okay, zwei sind schon weg. Ähm, ich bin mit der Smiley hier, oah, hab mir die Knochen gebrochen. Ich kann nämlich nicht fliegen wie die anderen. Ich muss denen mal nachmachen. Ich komme gleich wieder hoch. Ich muss erst mal hier was essen. Au. Ähm, und zwar folgendes, wir sind zu Gast bei Let's Multiplay, bei Florian, bei Shadow, Showtech, Entschuldigung, und, äh, Danny DePunk und Shadow Header. So, das war das. Und ich bin hier und hab mir die Knochen gebrochen. Sauergeil. Können alle fliegen. Aber wir müssen nochmal, also, äh, Shadow Header heißt eigentlich, also, den könnt ihr mit Header ansprechen. Okay. Oder mit Sir. Oder mit Gott. Ja. Kami reicht. Kami reicht, okay. Was, wie, wie, wie kriegst du, Knochenbrüche? Ja. Gar nicht mehr. Okay, super. Also, ich glaub, es gibt keine Bandagen. Äh, und, und Danny kannst du... Ich hättet mich an Stranded Deep. Ja, stimmt. Ähm, und, 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 und... Kannst du mit, äh, Charlie ansprechen? Das muss ich mir erstmal merken. Ja, das muss ich mir auch erstmal merken. Also, Shadow Header ist Header. Ja. Was? Sag hallo, Shadow Header ist Header. Ja. Und Danny DePunk ist Charlie. Und SPZ... SPZ ist Smiley. Ja. Und Showtech ist... Showtech. Showtech. Und Let's Multiplay ist Florian. Das ist korrekt, ja. Das hab ich jetzt eine halbe Stunde gebraucht, um mir das zu merken. Ich glaub, ich muss mir das aufschreiben. Ich hab hier auch mal so lustige Notizen immer. Man muss dazu sagen, man muss dazu sagen, ich hab jetzt ein... Au! Warum werd ich denn immer geschlagen? Genau deswegen. Ich hab jetzt alles gefressen, was ich habe hier. Und meine Lebensenergie geht nur peu à peu hoch. Ja. Du musst noch mal Melonen fressen. Äh, Melonen fressen, Melonen essen. Lebensenergie geht übrigens... Da spielt schon wieder einer an den Klavier. Lebensenergie geht übrigens sehr gut hoch, wenn man... Dich aus Kisten was... Ach, da ist hier eine Kiste. Was einem nicht gehört. Ja. Das schmeckt immer am besten. Da geht's am besten hoch. Ihr habt richtig viel gebaut hier schon, ne? Wer hat die Burg gebaut? Showtech, ne? Showtech. Charly? So. So. Saugeil. Äh, yo. Alles mit Verzögerung. Ich mach hier jetzt erstmal so einen kleinen Rundgang, um euch mal zu zeigen, was die Jungs hier schon gebaut haben. Eine Riesenburg. Ich schmeiß schon mal ein bisschen Grill auf dem Fleisch drauf, weil du gleich Hunger hast. Ein bisschen Fleisch auf dem Grill meinst du? Ne, er meint... Let's Multifail. Hab ich gerade, hab ich gerade, ich schmeiß Grill auf dem Fleisch drauf, gesagt? Ja. Mist. So. Ich geh mal hier, ich geh mal hier gucken. Also richtig geil. Wir haben sogar musikalische Untermalungen. Die Sonne geht gerade unter. Wie romantisch, ne? Oh, ich hab mir schon wieder wehgetan. Also für mich wird's wahrscheinlich eine kurze Folge. Ah, wir beleben dich wieder, notfalls. Okay, sehr gut, dankeschön. Achso, ich dachte jetzt, der Floh spielt, klappt hier auf dem Grill. Game over, ich bin irgendwo runtergeflogen. Miley ist Edmund und tot. Was die Jungs hier gebaut haben, der Hammer. Als ich ins Spiel reingejoint bin, hab ich mich erstmal hier in dem Brunnen versteckt, kam nicht mehr raus. Du hast dich in den Brunnen versteckt? Ja, ich bin da reingefallen. Weil ich kann ja nicht fliegen. Das ist halt das. Ah. Irgendwo, mitten im Wald. Sehr gut. Äh, warte mal ganz kurz. Ich teleportiere dich kurz zu mir hin. Kann ich mir irgendwo was zu essen nehmen? Ja, überall wo Essen liegt, kannst du was nehmen. Das ist sehr nett. Hier liegt kein Essen. So. Also nirgendwo. Hier ist auch kein Essen. Okay. Wo ist denn ich denn da runtergefallen? Hier sind nur Lampen drin? Man muss ja unten am Garten, am Kräutergarten. Okay. Stimmt, ihr habt ja einen richtigen Kräutergarten hier gebaut. Ja. Hat sich Smiley bei mir auch gewünscht? Ja. In den Fässern drin, oder? Ja. Kann ich mir Melonen nehmen? Ja, darfst du nehmen. Super, dank dir. Nehmen wir mal zwei Stück. So. Ähm. Ich frage mich gerade, warum Charlie hier in dem Kräutergarten drin? Das musst du sagen. Weil ich den gerade überhaupt nicht sehe. Das ist gerade ein bisschen problematisch. Sehr gut. Ja, sehr schön. Was die Zuschauer bei mir natürlich noch nicht sehen, oder beziehungsweise jetzt so halb sehen, ich habe jetzt die Webcam mal umgestellt, hat auch einen Grund, weil ich habe jetzt mir einen neuen Schreibtisch gekauft, beziehungsweise mit meiner Göttergattin zusammen haben wir uns einen neuen Schreibtisch gekönnt. Und das ist jetzt so ein Eckschreibtisch mit Glas und so geil, deswegen bin ich jetzt seitlich in der Facecam. Aber mein rechtes Profil ist sowieso das Hübschere, also von daher. Also ich habe jetzt nichts kapiert. Ja. Ne, das siehst du ja in dem Video. Warte mal, du hast den neuen Schreibtisch geholt und den, äh. Willst du dich auch, äh, schön präsentieren? Ne, ich möchte mich schöner präsentieren. Achso. Schatz, ich schreibe. Ne, aber ich habe die Facecam jetzt, das Haus ist zu, ja? Ich habe die Facecam jetzt, das Haus ist zu, warte mal ganz kurz. Das Haus hier draußen ist zu. Ich mache immer kurz die Tür auf, Moment. Ja, die Tür ist abgeschlossen. Ne, ich bin draußen. Hä? Okay. Für mich ist die Tür zu. Echt? Ja, ja. Alles eine Frage der Sichtweise. Ist sie jetzt auf? Okay, jetzt ist sie auf, ja. Für dich ist sie zu. Ach, das ist so ein Thron. Ah, sau geil. Also richtig cool. Hier bleibe ich, ich schlafe noch unter. Also ich bin jetzt nämlich gerade dabei, hier so ein Fachwerkhaus zu errichten, also ist zumindest der Plan. Hm, sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh, ist so die Tür jetzt immer. Ups. Jetzt ist er wieder draußen. Was braucht ihr für, 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 für Rohstoffe? Holz? Ja. Ja, okay, ich geh. Ich habe kurz die Zeit gehört, ja. Hier, also wenn ihr mal guckt, wenn ihr mal guckt, also ich habe hier die, die Seiten, die eine Seite, man ist ja noch gar nicht fertig, da habe ich jetzt gar noch dabei, ähm, weil jeder Holzblock, den ihr hier seht, der jetzt hier herangesetzt ist, wo bist du da schon wieder hin, Erik? Hä? Ich bin hier, hab deine, ähm, da wurde die, die Frauen verstanden. Sechs oben, in der Scheune. Ja, stimmt. Die eine Seite ist noch, ja, drin oder draußen? Ähm, ne, kannst du von draußen gucken. Also die eine Seite ist noch, die eine Seite ist noch nicht fertig, das ist nämlich hier, ähm, jeder Holzblock hier, ich zeige es mal bei mir nochmal hier, wenn ihr mal rumkommt. Äh, achso, ich laufe jetzt der Smiley hinterher, so. Achso. Ja. Sehr gut. Auch gut, ja, das passt. Verwirrt mich, ja. Ähm, also jeder Holzblock, der hier gesetzt wird, wird halt einzigesetzt. Ich zeige es jetzt hier mal hier kurz, so. Also, ich habe jetzt hier einen Holzblock angesetzt. Das heißt, ähm. Achso, du musst ihn selber quasi, dann auch, ähm, ja, das ist ja richtig viel Arbeit, ey. Ja, du kannst ihn, du kannst ihn positionieren, theoretisch könnte ich jetzt auch noch hier, Moment, äh, so eine Schräge hier reinsetzen. Moment, so. Also, es gibt halt die Möglichkeit zum Beispiel sowas noch zu machen hier, äh, so. Ähm, so Dachschrägen reinsetzen, also du kannst halt, du kannst halt jedes, oder man kann jedes einzelne Objekt, kann man halt, ähm, also zumindest die Holzblöcke, kann man halt einzeln drehen, wenden, größer, kleiner machen, ähm, ja, und eben auch halt von der Größe anpassen. Also, das heißt, man kann auch so, auch, also dreidimensional quasi jeden einzelnen Holzblock, äh, setzen. Wie kriegst du den Balken jetzt wieder weg? Einfach weghacken, oder? Einfach gegenhauen, ja. Darf ich auch mal? Klar. Warte mal, ich gebe dir mal ein paar Holzblöcke. Achso. Okay, super, ich wollte nochmal probieren, ob ich das bei dir auch kann. Ja, kannst du. Ich habe nämlich die, also wir haben so ein Area Protection Script eigentlich drin, ähm, falls das Server, hier liegen so ein paar Holzblöcke, guck mal, ob du die aufsammeln kannst, mit F. Warte, ich bin gerade im Inventar, wollt ihr gerade Holzblöcke machen, ja, kann ich aufsammeln. Habt ihr verschiedene Farben? Mhm. Okay. Ja, also du kannst ja die, ja, einfach mal, warte mal, wir können das ja mal zusammen machen, so, Moment. Wie kann ich den denn, wahrscheinlich mit linker Maustaste, oder? Hm, weil, wenn ich jetzt mal zeigen. Platzieren kannst du mit linker Maustaste, so, dann gibst du mir die Möglichkeit, ähm, halte ich mal, halte ich mal irgendwann die Wand dran, ja, und dann drück mal die linke Shift-Taste, und drück die Pfeiltaste nach oben und unten. Äh, also linke Maustaste? Also an die Wand dran halten, an die Wand dran halten. Ah, ich verstehe, ja. Die linke Shift-Taste, also so, dass du den Vorschachs von dem, wie er ungefähr platziert werden soll. Ach, ich verstehe, wie geil ist das denn? Ja, und dann kannst du mit der linken Shift-Taste, und den Pfeiltasten hoch, runter, so meinst du das, ne? Du kannst hier aber auch, ne, das auch, ja, warte mal, ich mach den mal kurz weg. Wenn du mit der linken Maustaste hier reingehst, Smiley, möchtest du auch mit ausprobieren? Ja. Okay, warte, dann geb ich dir mal ein paar Holzblöcke hier, zack, liegen hier auf dem Boden. So, also, das ist jetzt der Baukurs für Anfänger. Oh, gut, super. So. Crafting für Anfänger. Crafting für, ja, Crafting für Runaways. Ähm. Wird zurückgeblieben, ne? Ja. Okay. So, also, ihr haltet jetzt den, den Holzblock, also weht ihr aus, dass ihr ihn in der Hand habt, und, ähm, haltet ihn dann an die Wand ran, so dass ihr quasi so diese, diese gräulich, leicht durchschimmernde, durchsichtige Auswahl seht. Hab ich, ja? Ja. Geil, wir hätten hier, wir hätten hier das Poster aufgemacht, cool. So, auf dem Dach oben, bei mir im Haus. So, Gasball-Hits-Multiplay, siehst du auch in echt so aus, ja, ne? So ähnlich, ja. Aber so durchsichtig. Genau so durchsichtig. Fehlt nur die Brille, ey. Vorne Brille. Sau geil. Genau. MC, äh, MC Flory, ne? MC Fitty, ja. Ne, MC Flory, meine ich, ja. Ja, MC Flory. Das wär's noch, ja. So, ähm, genau, ihr haltet mit der linken Shift-Taste, äh, mit der Maustaste haltet ihr es ran, dann ist es unter dem Dach irgendwo angeklemmt, so vorschau-technisch. Äh, nicht linke Maustaste. Einfach nur ranhalten. Und dann drückt ihr mal die linke Shift-Taste. Ja. Und drückt gleichzeitig die Pfeil-Tasten nach oben und unten. Also oben drücken, unten drücken. Dann seht ihr, dass der Balken kleiner und größer wird. Richtig? Ja, ja. Klar. So. Ja. Wenn ihr jetzt die Pfeil-Tasten, wenn ihr die Pfeil-Tasten nach links und rechts drückt, werden sie breiter und schmaler, ja. So, jetzt gibt's den, jetzt gibt's den Special-Trick. Jetzt drückt mal auf den, auf ein Number-Pad die Tasten 7. Ja. Oder 9. Damit könnt ihr die dann drehen. Äh. So, dann haben wir noch, ähm, mit den Tasten 4 und 5 könnt ihr noch den Winkel einstellen, also die 360-Grad-Drehung einstellen, zum Beispiel. Ja. Mit, äh, 5, also mit der Taste 5 setzt ihr die auf, auf, ähm, auf Standard zurück. Dann ist sie genau wie deine Ausgangsposition. Mhm. Und wenn ihr jetzt die Tasten 2 oder 8 drückt, dann, äh, könnt ihr den Winkel noch verstellen, so ein bisschen. Alter, Schweizer. So, und wenn ihr jetzt... So meinst du das? Zum Beispiel, ja. Ja. Sieht gut aus, ja. Hat was. So, und wenn ihr jetzt... Ich weiß nicht, was es hat. Ja, das ist ein bisschen tricky. Kleine Leute, ja? Ja. Das ist nur hier wirklich... So. Und jetzt... Danke. Ich hab mir so viel Mühe gegeben mit diesem Haus. Komm, ich hack's dir weg. Alles gut. Ich hack dir das Haus weg. Nee, ich hab dir wirklich das Haus weggeackt. Ah, gut, dankeschön. Alles, alles gut. So, und jetzt gibt's nämlich nochmal Besonderheiten beim, beim Bauen. Okay. So, und zwar, also ihr wählt wieder euren Holzblock aus. Ja. Und drückt jetzt mal die rechte Steuerungstaste, also einmal nur, einmal nur draufdrücken, mit STRG. So, und jetzt könnt ihr quasi euch bewegen und seht, dass der Balken aber an der Wand stehen bleibt. Alter, Spalter. Ja, aber, jetzt kommt ja noch der größte Trick dabei. Wir hatten hier einen Katzen... Achso, naja. Katzenklob. Katzenklob. So, jetzt drückt zum Beispiel mal die Taste, ähm, 4. Ah, ich hab mir Bilder hingepostet. Schön. Wenn jetzt nämlich... Wir wollen doch ein Originalbild von Flo haben. Wo ist der Linke? Wer ist der Rechte? Seine Freundin. Ah, okay. Sieht man doch. Zack. Direkt aufs Gesicht. Ähm, nee, genau, also jetzt... STRG? Ja, also die rechte STRG-Taste drücken, ne? Ja. Und dann könnt ihr jetzt zum Beispiel mit den Tasten 7 und 9, könnt ihr die Höhe einstellen. Mit 6 und 4 nach links und rechts bewegen. Alter, Spalter. Mit 2 und 8 könnt ihr die, ähm, von der Höhe her verstellen. Ja. Und... Gibt's sonst noch irgendwas Wichtiges? Ne. Das sind eigentlich die wichtigsten Befehle da bei dem Ganzen. Und ihr könnt natürlich dabei immer noch die linke Shift-Taste gedrückt halten und dann irgendwie Sachen hoch und runterziehen. Das geht natürlich auch noch, ne? Aber das sind so die, die, das, das Bauen 1x1 von dem Ganzen. Mhm. Und, ja, dementsprechend, wenn man halt sowas hier machen möchte, man kann das zum Beispiel... Wer hat denn jetzt schon wieder in den Balken hin platziert? Das war ich. Achso. Ich muss nämlich die STRG-Taste danach nochmal drücken. Ja. Weil sonst, ich hab dir wahrscheinlich drinnen nämlich alles voller Balken gemacht. Das weiß ich nicht. So wie das aussieht. Ich guck mal gerade rein. Danger, unsafe mine, okay. Meins, meins. Ne, doch nicht. Dann hab ich dir in die Wand die Balken gemacht, saugert. Ja, hier dann ist so ein Profi, was das angeht. Ihr könnt dann zum Beispiel auch entsprechend Fensterbretter halt selber machen, ne? Das ist halt, und genau, wenn ihr einen Balken platziert habt, drückt, wenn du nochmal die STRG-Taste und dann ist der Balken, genau, geht's wieder. Und dann kann man halt hier, so, Moment, das Rand platzieren, das Rand basteln hier. Boah, das ist also das, das ist halt extrem sinnvoll. Also es geht halt nicht, also mit Blöcken geht das zum Beispiel nicht. Nur mit Holz. Mit Holz geht das, mit Fensterrahmen geht das, mit Glasscheiben geht das. Also es geht halt nicht mit diesen Standardblöcken. Du kannst halt alles größer und kleiner machen, das ist halt extrem praktisch, weil wenn ihr mal auf die Rückseite, warte mal, ist das auf der Rückseite, oh, hups. Warte mal. Ich werde angegriffen. Ich glaube, Smiley testet noch ein bisschen. Wie geil das ist, ey. Sau geil, meiner fliegt gerade durch die Luft, guck dir das mal an. Dein Balken fliegt durch die Luft? Ja, ja. So, warte. Ja. Oh. Spaß. Es gibt halt zum Beispiel die Möglichkeit, hier zum Beispiel, hier auf der Rückseite, wenn ihr auf die Rückseite kommt, dann seht ihr, dass es hier so ein kleineres Fenster einfach gibt. Ja. Auch nochmal. Und ja, ich teste halt so ein bisschen auch mit den Fachwerkhäusern, wie die optisch am besten aussehen, aber ich finde die Vorderseite noch am schönsten bisher. Sieht richtig, richtig gut aus. Also, hinten sieht es ein bisschen asymmetrisch aus. Ja, genau das ist das Problem. Das stört mich halt hinten auch noch. Hier sieht es natürlich genial aus. Ja, hier habe ich mir die meiste Mühe gegeben. Ich mache dir mal da ein bisschen Dreck hin, weil sonst lege ich mich nämlich auf die Fratz wahrscheinlich, wenn ich da durchlaufe. Was? Wo? Dreck? Ah, hier. Achso, ja. An diesem Loch. Kennt ihr nämlich auch schon den Trick mit der Gartenhake? Äh, mit der? Nee. Du kannst, wenn du die linke Maus dazu drückst, dann kannst du halt Erde wegnehmen. Hast du eine Gartenhake, Lena? Nein, noch nicht. Ich bin völlig nackt. Also, ich habe nur Erde. Hast du euch schon mal eine gecraftet? Nein. Nein. Ich bin doch gerade frisch eingesträngend. Nicht mal jetzt generell auch in eurem ersten Let's Play? Nein. Achso. Also, das erste Let's Test war einfach nur, ähm, oder das erste Mal, wo ich drin war, einfach nur Let's Test. Einfach mal gucken, wie es überhaupt geht. Ja. Und seitdem habe ich ja die fixe Idee, tausend Folgen zu schaffen. Ja.